Guten Abend, Freunde. Was geht? Grüße von uns, von Marlina und mir. Hallo. Ja, wir beide, oder für uns beide geht's jetzt nach Las Vegas für vier Tage, glaube ich, erstmal, ne? Nein. Erzähl doch einfach. Ähm, also morgen fahren wir das Fliegen als Luft. Ja, halt doch, ja. Ähm, für sechs Tage, sechs Nächte. So, und danach geht's nach L.A. Für acht Nächte. So, und da treffen wir uns erstmal in Vegas mit Jill, Arti und Muradim und Francisco Lohberger. Heute Nacht kommen noch Murad, ach, Murad nicht, Eike. Und wen kommen heute Nacht zu uns noch und wir fahren dann zusammen nach Düsseldorf zum Flughafen, wo dort aus geht's dann nach Atlanta nach Vegas. Und natürlich werden wir euch dahin mitnehmen und jetzt werden wir erstmal den Koffer packen und dann nehmen wir natürlich auch mit, was wir einpacken werden. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem ganzen Ami-Trip. Peace. Aus. Natürlich im Fernseh-Lifestyle. Wir müssen natürlich alles Kamera mitnehmen. Laptop muss alles mitgenommen werden. Sie packt schon quasi ihren Koffer mit den super Dry Dry Dingern hier. Ich hab mir extra nochmal eine Tasche hier geholt. Für meinen Laptop. Ich hab irgendwie einen Laptop. Dafür brauch ich extra eine Tasche, die 3 Euro kosten. Viel zu teuer, Mann. Deswegen hab ich mir jetzt so eine Tasche hier geholt, wo alles einfach alles reinpasst. Und auch für unterwegs. Mega nice. Hier sind unsere, das auf jeden Fall Nackenkissen. Das ist mega wichtig. Naja, hier. Hier das Model läuft jetzt hin und her. Zack. Boom. Yeah. Shake it. Yeah. Das hat sich auch gegönnt jetzt hier. Kann man hier im Festland kaufen auch. Und ja, wir haben uns jetzt, ah jetzt nicht mehr, ja. Wir haben uns jetzt hier einen Koffer gekauft. Der wurde reduziert von 199 auf 130 Euro reduziert. Es hat 4 Rollen. Und echt. Ich glaub, das stand da nur dran. Mehr große. Ja, egal. Ich glaub, was da dran steht. Natürlich lügen die alle sowieso. Wenn echt kostet sowas bei Alibaba nur 5 Euro. So. Nein. Natürlich kostet sowas bei Alibaba nur 5 Euro. Was denkst du dir denn? Nein. Alibaba Express. So. Die ist ja immer so negativ eingesteckt. War? Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht auf den Tisch schauen, ne? Hä? Hä? So, was werde ich einpacken? Also ich weiß schon, was ich einpacken werde. Auf jeden Fall nicht so viel wie Marlina, denke ich. Gar nicht. Weil sie leider keine Ahnung davon, was in Amerika abgeht. Sie weiß nicht, wie billig das eigentlich da ist. Was Klamotten und Schuhe angeht. Also ich weiß ganz noch, was man mitnehmen muss. War schon dreimal da. Sie war auch nicht einmal da. Weil sie will irgendwas davon erzählen. Lass sie ruhig mal in ihren Koffer einpacken. So viel, wie sie möchte. Sie wird nachher sowieso Klamotten von ihr, weil die nicht reinpasst. Bei mir reinpacken, weil ich wieder Platz hatte. Und ja. Ich nehme natürlich auch meine Inliner mit. Ich habe noch nie mal einen Inliner mitgenommen. Ich werde auf jeden Fall safe Inliner mitnehmen. Weil ich habe Bock, morgens schön in L.A. oder auch in Vegas. Aber erstmal in L.A. erstmal geplant, morgens Inliner zu fahren. Zum Gym. Am besten 6 Uhr morgens sogar schon. Weil dann trainiert Arnold Schwarzenegger meistens in Gold Gym. Ich hoffe, ich werde ihn wieder treffen. Natürlich auch für den ganzen Lifestyle. Die haben auch voll viele Rampen und allgemein. Muzzle Beach ist alles heftig. Genau mein Ding. Und deswegen werde ich Inliner mitnehmen. Kopfhörer auf. Welt aus. Und einfach fahren. Ja. Jetzt packen wir erstmal in den Koffer. Mal gucken, was ich so alles einpacken werde. Ich nehme euch mit. So, wir haben jetzt hier den Koffer bekommen mit Passwort. Natürlich weiß ich das Passwort nicht mehr. Ach nein. Hier. Andersrum. Wie ist das Passwort denn jetzt? Ja. Ja. Hast du es geschafft jetzt? Ja. Ah, jetzt hast du es geschafft. Top. Danke Baby. Top. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie man es ändert. Ich würde es gerne ändern, aber ich kann planen wie es geht. Oh, ich bin gerade schön in Schwede, Leute. Ja, Mann. Also ich habe hier jetzt alle meine ganzen NBA-John-Klamotten drinne. Ich nehme auch nur das mit. Noch ein, zwei Oberteile noch zum Weggehen. Danke schön für den Schlüssel. Und dann hier sind auch nur noch Socken und Bottleschotzer drinne dabei. Zwei. Zwei, drei ausgeschöpft für mich noch mit. Und zwei Pullover. Und das reicht dann auch schon für mich. Sie hat schon wieder alles hier vollgepackt. Sie checkt Amerika aber nicht, Leute. Jetzt mal eine kurze Pause. Hier küsst man Sub noch im Gönn, Alter. Auf jeden Fall Subway Bestes. So, natürlich. All the Everyday werde ich mitnehmen für jeden Tag eine Packung. Booster natürlich auch. Kokomi, Vitamin D3, äh, D3, K2, Zink. Und hier sind die All the Everyday, die ich mitnehmen werde. Ich werde auch den hier mitnehmen für unterwegs, wenn ich mal einen Shake brauche. Ist klein und handlich. Auf perfekt für die Boostergröße. Auf the way. Easy. So, Inliner habe ich es eingepackt. Hier ist jetzt alles nur. Zwei Holi habe ich nur eingepackt. Nur zwei Stück. Also ein Holi eingepackt. Den Holi ziehe ich hier morgen an vom Black Line. Kann ich dann da auch noch vor Ort anziehen. Das Geile ist natürlich an Black Line. Wir haben so kleine Weight Dosen. Kann ich mitnehmen. Kann ich dann da liegen lassen. Im Milch schmeißen. Nehme ich es auch nicht mehr mit. Ich habe wieder mehr Platz. Eine lange Hose. Ja, das schweigt nämlich nicht mit. Und noch eine lange Hose. Das war es. Ja, Mann. Dann nehmen wir Pax & Mott. Noch Bottoshot. Dies, das. Natürlich nehme ich den Galschen auch noch mit. Und das kommt nämlich auch noch mit. Ein paar Getränke. Natürlich mal einen Booster. Wir pumpen gehen. Und nochmal Whey extra. So. Aber ich gönne mir jetzt den Protein Kaffee. 25 Gramm Protein. Fettfrei. Hat eine Dose. Auf 250 Milliliter. 140 Kalorien. 0,4 Gramm Fett. 10 Gramm Carbs. Und 25 Gramm Protein. Wie gesagt. Gönne ich mir jetzt. Weil ich da gerade Bock drauf habe. Aber normalen Kaffee mag ich nicht. Da ist er schon eher. So. Wir haben es jetzt 0.30 Uhr ungefähr. Ich muss gleich nochmal kurz zum Gym. Meine Climax Zughilfen holen. Weil das mit dem Rückentraining mit den Dingern ist einfach tausendmal geiler und intensiver. Und geduscht auch schon. Alles fragt. Das ist mein Outfit für morgen früh zum Flugzeug. Dies, das. Das hier sind die Spiele die ich mitnehmen werde. Oh, fuck. Fantasy. Fantasy. Battle Chasers. Meine Switch. Laptop alles drinne. Supplemente auch hier alles drinne. Passt. So. Fertig geduscht und Koffers auch fast fertig gepackt. Hier habe ich meine ganzen Klamotten drinne. Also Oberteile, Röcke, Kleider, Hosen, Schuhe, Gürtel und natürlich noch ein bisschen Eiweißpulver. Und hier habe ich Unterwäsche, Handtücher, Gymklamotten, Bikinis, Handtücher und noch so andere Schlafsachen und so weiter. Und natürlich Kosmetikartikel und ja, Lockenstab. Und hier habe ich dann noch so Fächer, da sind noch Schuhe drin. Hier sind noch Taschen drin. Und ich habe glaube ich nur ein paar Schuhe an, ein paar Sneaker noch dabei und zwei Sandalen. Das war's. Alles andere kaufe ich mir da. Und mein Rucksack ist auch fertig. Da ist aber nur Geld drin, die Papiere von uns und mein Notizbuch. Und ansonsten nicht so viel. Da haben wir noch das Kissen. Hallo. Hier mal anmachen, ne? Und dann kannst du hier wieder rum. So. Wir haben uns gleich um zwei Uhr, Eiken so gekommen und die wollten um halb fünf kommen. Und die haben, ich habe vorhin eine Story gesehen, die wollten um vier Uhr erst losfahren. Das ist wirklich um halb fünf. Aber die haben schnelles Auto und es ist nichts los auf den Straßen. Das können die schaffen. Schauen wir mal, ne? Also ich werde auf jeden Fall selber riechen, wenn die genau da sind. Weil meistens sind die nie pünktig bei uns. Nie. Wir haben jetzt hier 300 Gramm Chicken. Von Planet Meat. Und ein Ei mit Stülpulver. Oh fuck, das ist doch sehr viel jetzt, Alter. Fuck, 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 fuck. Okay, scheiße, Digga. Das ist echt viel. Das schmeckt nicht. Du hast keine Ahnung von denen, Baby. Also es ist schon echt scharf, ja. Das ist sehr eklig. Das schmeckt geil, aber auf jeden Fall sehr scharf. So, jetzt reicht's auch mit hier rumgelabern. So. Gute Nacht. Tschüss. Leute, ich gucke gleich noch auf Anime weiter. Ich mache nämlich die Nacht durch, weil ich nicht gut durchlappen kann. Es ist krange Nacht, es sind noch zwei Stunden. Ja, aber reicht ja. Ja, ich möchte die jetzt noch nutzen. Danke, tschüss. Du schon. Moin. Hallo. 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 Da rein. Mein Auto liegt unten. Das hast du frisch gewaschen, Naike, dein BMW oder was? Ja. Ah, sehr schön, Digga. Ich darf ja jetzt wieder fahren. Ja, stimmt. Ich darf ja jetzt wieder fahren. Seit zwei Tagen. Und erst mal schön die Karre waschen. Ja. Ich hab' mich gewusst, dass es da geschuld ist. Bruder, ganz normal, Digga. Inskop, alle müssen auch die Lachen abgehen, wegen zu schnell fahren, Digga. Das passiert, mein Digga. Musste ich auch schon einen Monat. Jetzt habe ich es gemacht. Mal nett draus. Passiert mir nicht nochmal so schnell. So sieht es aus. Fast and Furious. Fast and Furious So Freunde, nach ungefähr 30-40 Stunden unterwegs sein, sind wir jetzt endlich in Atlanta angekommen. Ich kann noch weiter nach 4 Stunden nach Las Vegas fliegen und ich habe echt viel verzichtet auf das ganze Flugzeug essen. Ich habe, die hatten so Nudeln, das waren vielleicht 6 Nudeln oder so drin, so Tortellini mäßig. Und ihr seht, mein Gesicht ist mega tot. Mega skinny as fuck. Ich habe jetzt hier so einen Chicken Filet Burger. Der hat 350 Kalorien. Haben die ganzen Angaben hier in Amerika. Es ist halt mega, mega nice, das zu wissen. Oh, hier nochmal eine Cog Zero am Start. Malina holt sich gerade eine Mexican Bowl, glaube ich. Ich hoffe, das ist sie nicht auf und die den Rest essen kann. Und ja, man, die können sich jetzt auch schon, die beiden. Ja. Und ich bin heftig mit Kaloriendifizid. Ich habe vielleicht 1500 Kalorien gegessen, wenn überhaupt, wenn ich noch weniger. Protein fehlt auf jeden Fall. Und wenn ich mir endlich mal angekommen, war ich auf jeden Fall in so einem Markt, wo ich erstmal fett Sachen einkaufen, was viel Protein hat. Und Klippen hat. Und werde mich auch viel bewegen, auf jeden Fall in Amerika, Inliner fahren, viel Sport machen, damit ich mir auch viele Sachen gönnen kann. Weil ich habe ja eine Woche direkt nach dem Urlaub, meinen ersten Wettkampf, bin jetzt Wolf Classic. Da habe ich jetzt spontan mitgemacht oder mache ich spontan mit. Und ja, bin schon auf jeden Fall vom Körperfett her. Sehr, 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 sehr low. War einmal kurz bei 99,8 Kilogramm. Mike sagte, Junge, du frisst sofort wieder hoch. Da musst du dich zwei Kilo wieder hochfressen. Da war ich über 102 Kilogramm, aber genauso trocken irgendwie. Mike hat es einfach echt drauf. Und ja, jetzt erstmal gönnen. Das hier ist der Burger. Cero. Ami. Facklich. Ich habe jetzt nur das Chicken-Ding gegessen, weil das Brot speckte nicht so gut, war auch nicht so nice. Ist auch voller Fett. Und ja, ja, Kalorien sparen, ne? Schlaue Kalorien sparen, Leute. Und gönn dir, Eike, Mann. Gönn ich auch immer vom Herzen. Gönn mir richtig Doppelfleisch, du weißt. Ja, Mann, auf jeden Fall. Gönn dir auch, wenke, wenke, wenke. Und maybe it's auch back in the hood. Das ist der fette Brotgehurt. Oh, ist auch überlichtet ein bisschen. Nice, Baby, ey. Voll okay, für die Eide. Also, Leute, für als Bodybuilder hier zu wohnen, ist natürlich mega nice. Weil alles, was du hier kaufst oder wo du bist, das hat alles die Kalorienangabe. Ich habe mir jetzt hier so einen Frozen Joghurt geholt. Mit Früchten nur. Ohne Soße oder sowas. Das hat genau 280 Kalorien. Und, ähm, 20 Gramm Protein, glaube ich. Circa. Und, ja, Mann, mega, mega nice. Sieht sich ja schön in Rio gehört. Man, ich liebe das immer, wenn sie sich immer Schokolade holen. Man, das ist so nice. Die Feile ist immer hart. Weil ich bin leider eher so eine Fruchttype Eis. Außer einem und eins mit McFlurry oder sonst. Mehr Früchte, finde ich auch mega nice. Grappach, schön Wetter. Und, ja. Gleich geht es zum Gate. Wir sind schon im Gate quasi. Und dann geht es auch los nach Vegas. Vier Stunden fliegen nochmal. Dann holen wir uns unser Mietauto. Und dann fahren wir auch schon los zu unserem Hotel. Und dann geht das Spaß erst richtig los, Freunde. Trinkel, wir sind jetzt endlich da. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Was ich koste? Was ihr kostet, meint ihr. Ich sitze im Auto, nicht ihr. Arsch. So, Freunde, wir sind jetzt endlich angekommen. Also, heute in dem Video zeige ich euch noch nicht, wie das ganze Haus aussieht. Aber wir nehmen euch natürlich noch mit in den Supermarkt, die es hier gibt. Da gibt es halt die besten Lifestyle-Fitness-Essen-Sachen. Überhaupt nirgendwo anders gibt es geile Sachen als hier. Wenn man in Bolli-Bee-Love zu leben will, bist du hier genau richtig. Und, ja. Wir werden versuchen, einen guten Supermarkt zu finden. Vielleicht gehen wir noch irgendwo auswärts essen. Dann nehmen wir euch noch mit. Und dann im nächsten Video zeigen wir euch das ganze Haus. Ich sag nur eins. Das Haus hier ist richtig, richtig fett. Also wirklich ultra heftig nice. Und das zeigen wir natürlich erst am helligen Tag, weil jetzt ist er dunkel, jetzt ist er doof. Und, ja, Mann, hast du auf jeden Fall schon unser Bett. Und wir haben auch ein eigenes Ballzimmer hier. Renkel, Beinkel, nenne ich die beiden. Haben genau das gleiche. Und, ja, Mann. Und, Baby? Geh, das bleibt du. Na, gönn dir mal bitte den Drogi raus in den Pool, mal, Alter. Hab ich schon gesehen. Ich meine, wenn du rausgehst. Aber jetzt habe ich echt Hunger, Alter. Ich sterbe. Essen, Baby. Und, ja, Mann. Ich kann raus, 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 ich So, Einkauf erledigt. Wir haben für 100 Euro eingekauft. So viel ist das eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Weiß gar nicht. Das stimmt gar nicht. Auf jeden Fall. Das stimmt nicht. Wir haben nicht für 100 Euro eingekauft. 89 Euro. Nein, das ist doch viel weniger ein Euro. Nee, wieder ein Prozent. Das ist trotzdem. Ja, trotzdem. Auf 100 Euro. So. Mann, Mann, Mann. Immer die Keinigkeiten. Auf jeden Fall sinnlos. So viele Tüten. Wenn das Deutschland so wäre, Alter. Ohne Scheiß. Wir würden wieder ultra den Heck kriegen. Aber wir wissen es jetzt fürs nächste Mal, ne? Ja, Mann. Aber die haben es auch so eingepackt. Wir können nichts dafür. Sieht, die Kunde hat sich schon eingepackt. Ja, also wir versuchen auf jeden Fall nichts beim Einkauf die Tüten zu sparen. Safe. Habt ihr das schon die ganze Zeit umgebracht? Sorry, Leute. So, Freunde. Wir sind zum Einkauf wieder zurück. Und ja, ich zeig euch jetzt mal in den Kirschraben, wie er bei uns aussieht. So. Hier sind meine ganzen All-Day-Every-Days drinne. Da-da-da-da-da-da. Vieles war hier schon drinne. Das hier gehört gar nichts von uns. Aber das hier gehört alles uns. Das Wasser hier. Die Cola hier. Auch mega nice. Da hört ihr euch das mal an. Nesquik Protein. Hat 92 Kalorien eine Flasche. Und ja, Porsche habt ihr gesehen. Ein bisschen Vanillegeschmack, Bananegeschmack und auch, ja, Bananegeschmack und Schokoladengeschmack. Wollen wir mal was da. Das Bier gehört auch von denen. Das war auch schon vorher hier drinne. Hier sind unendliche Banken-Gedranken drinne. Und wie gesagt, dann hier nochmal schöne Low-Fat-Bacon. Ham, Chicken zum Frühstück, morgen früh safe. Und hier schon mal. Schön erinnert. Da-da-da-da-da. Mache ich mir jetzt erst mal hier fertig. Und da ich da weg anfärbe nach dem Urlaub, gibt es hier auch Salt-Free, ne? Hier, äh, Gewürze für mich. Und der Reis. Und hier mit Buttergeschmack. Pam. Zwei Spritze drauf. Kalorien sparen. Und braten. Und hier habt ihr nochmal die Tüten. Überblick, wie viele Tüten die uns gegeben haben. Das ist unglaublich. Die waren auch fast alle voll. Also das kann man echt anders machen. Das tut mir echt leid, Leute, Mann. Aber das ist echt scheiße, Alter. Das muss in Amerika echt geändert werden, Mann. Fuck. So, Freunde. Ich habe jetzt hier 350 Gramm Renata da drinne. Mit zwei Eier und, ähm, fünf, sechs Scheiben Hem. Hier ist es in der Tat. So, ich habe jetzt hier auch so ein Gewürz ohne Salz. Mega, mega nice. Und einmal so ein Pam-Öl, einmal zwei Spritze drauf getan. Und schon habt ihr das und mega viel Fett gespart. Ja, Mann. Das ist meine erste Großmesserung. Nach 30 Stunden, Leute. Nach 30 Stunden, die erste Großmahlzeit. Ich habe sonst eigentlich nur keine Sachen gegessen am Protein. Und, äh, das esse ich jetzt. Wir gehen auch schon schlafen. Wir haben jetzt schon halb eins hier. Und bei euch ist es jetzt ungefähr neun Uhr morgens. Und, ähm, ja. Ich hoffe, Teil eins des Videos hat euch gefallen, Freunde. Daumen hochgegeben, Freunde. Und bis nächstes Video. Peace. Peace out. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.